Moin Moin Leute, wir haben heute Tag 2 und damit den nächsten Key ist Scepteracore Schauen wir gleich mal was das hier für ein Spiel ist Und ich werde euch sagen, ich brauche das hier gar nicht eigentlich eingeben Ich habe das Spiel schon, äh, ja, Produkt bereits im Besitz Nice So, fangen wir erstmal unten in der Liste Also hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt das Geld, ne Weil ich schon Spiele bekommen, die ich eh schon habe Ne, hier ist Scepteracore Das ist so ein Spiel von, weiß ich nicht wann Auch wieder sehr sehr alt, erkennt man glaube ich Äh, hm Von 1999 Ich meine Bin ja auch Fan von teilweise Retro-Spielen So wie Warcraft 1, 2 und 3 Ist ja auch mittlerweile nicht mehr so sehr neu Aber das sind dann wirklich Klassiker Und das sind Spiele, die man kennt Oder auch Starcraft zum Beispiel Aber sowas hier, das kennt man halt nicht mal Und dann ist das noch so super alt Ich glaube das Spiel kennt eine Sau Also wirklich das, äh Ja 2,1 Stunden Ah ja, bestimmt für die Sammelkarten Also ich habe es nie angefasst Aber bestimmt für die Sammelkarten geeidelt Aber ja, damit wären wir auch schon durch Mit dem heutigen Video Und ich danke euch fürs Zuschauen Kauft euch so einen Schrott wie diesen Adventskalender nicht Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.